das ding ist ja hier übelst gefährlich diese konfetti kanone ich habe mir das gerade mal durch gelesen vielleicht kannst du das auch lesen wenn ich es mal ein bisschen still verdichtetes gas enthält gas unter druck kann bei erwärmung explodieren vor sonnenbestrahlung geschützt an einem gut belüfteten ort aufbewahren behälter steht unter druck nicht durchstechen oder verbrennen auch nicht nach der verwendung explosionsgefahr bei erhitzen unter einschluss vor gebraucht die sicherheitsanweisung lesen und verstehen nicht auf personen tiere einrichtungsgegenstände und offenes feuer zielen nicht in ohrnähe verwenden dies ist kein spielzeug feucht gewordenes konfetti und was flecken vermeidung umgehend entfernen nicht temperatur von mehr als 50 grad aussetzen also dieses teil hier ist ja echt eine mörderwaffe keine ahnung wo jörg das her hat hat auf jeden fall 14 gramm konfetti wie ich das gerade sehe achtung verdichtet das gas also das wird das teil hier wird wahrscheinlich ordentlich knallen ja hier steht noch mal wie man es machen soll also fünf meter so dass fünf meter auswurf soll das wahrscheinlich heißen der pfeil da dann soll man das so oben und unten anfassen und dann so drehen wie es hier bei den pfeilen steht nicht im haus machen aber draußen also das ist was wir draußen steht keine kategorie drauf also f1 oder f2 ja mädchen china steht hier auf jeden fall noch mal drauf in ja ich kann kein chinesisch he show engine china keine ahnung wo das